Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Wie ihr wisst, bin ich ein großer Colourpop Fan und sobald was Neues rauskommt, bin ich immer am Start. Deshalb abonniert mich doch gerne, wenn ihr immer die neuesten Sachen von Colourpop sehen wollt. Ich teste eigentlich so gut wie alles, muss ich ehrlich sagen. Es dauert halt nur immer ein bisschen länger, bis mein Video dazu online kommt, weil es natürlich einige Zeit auch in Anspruch nimmt, bis das Paket wirklich bei mir ist. Das ist so ein bisschen schade, weil es halt bei den amerikanischen YouTubern dann immer schon relativ schnell da ist und für die deutschen Reviews müsst ihr halt immer ein bisschen warten. Ja, so ein Colourpop Paket dauert so zwei bis drei Wochen, wenn man Glück hat, bis es wirklich bei einem ist und ich versuche dann immer so schnell wie möglich die Sachen natürlich auch online zu stellen, damit ihr meine Hilfe vielleicht habt, um zu entscheiden, ob ihr was bestellen wollt. Deshalb, wenn ihr immer die neuesten Colourpop Sachen in der deutschen Review sehen wollt, abonniert mich doch gerne, bei mir findet ihr die immer. Und ich glaube, ich habe genug geschwafelt und sage euch jetzt mal, um welche Kollektion es heute geht. Wenn ihr das im Titel noch nicht gelesen habt, wisst ihr es jetzt. Es geht um die Limoncello-Kollektion. Ich muss sagen, dass allein das Packaging mich schon so umgehauen hat. Ich finde, das sieht so unglaublich schön aus. Es erinnert mich irgendwie so an Urlaub in Italien durch dieses Blau-Weiße, aber irgendwie auch so ein bisschen an Portugal. Ja, einfach an Urlaub in einem südlichen Land, was uns, glaube ich, gerade allen sehr, sehr fehlt. Einfach in den Urlaub zu fahren, Neues zu sehen. Und so ein bisschen, finde ich, macht das dann die Palette für uns. Man kriegt einfach Lust, wieder was Neues auszuprobieren. Und ja, wie gesagt, dieses Packaging ist halt einfach unglaublich schön. Erst wurde ja so das Äußere veröffentlicht. Da wusste ich schon, oh Gott, die muss ich haben. Bitte, bitte, bitte lass die Farben drin schön sein. Und die Farben sind schön. Ich finde die Palette unglaublich toll. Ihr habt auch alles, was außen drauf ist, wieder hier drinnen. Ihr habt gelb, ihr habt blau. Ihr habt aber natürlich wie bei Colourpop eigentlich immer so ein bisschen die neutralen Farben noch mit drinnen. Ja, ich finde, so sieht sie schon mal sehr, sehr schön aus. Die Palette ist auch sehr hochwertig. Ich finde, sie fühlt sich hochwertiger an, als es die anderen 12-Pen-Paletten machen. Ihr habt dann hier auch so einen schönen Spiegel. Da habt ihr nochmal hier so eine Drohne mit drin. Also es, auch der Spiegel ist um einiges größer als sonst. Sie sieht schon hochwertiger aus, als sie es sonst tun, finde ich. Ja, und einfach das Farbschema ist unglaublich schön. Deshalb schminke ich auf jeden Fall heute was mit dieser Palette. Dann zur Limoncello-Kollektion gehört noch ein Pinsel-Set. Ja, das sind fünf Pinsel. Die fand ich auch einfach schön, weil sie halt so einen gelben Stiel haben und auch die Brosten toll aussehen. Davon werde ich heute die Augenpinsel auf jeden Fall benutzen. Dann gehört das erste Mal so Shadowsticks mit dazu. Da habe ich mir zwei Stück bestellt. Einen dunkelblauen, matten und eben so einen gelblichen, schimmernden. Mittlerweile sind sie ja mit mehr von den Shadowsticks rausgekommen. Die sind auch noch auf dem Weg zu mir. Und dann habe ich mir passend dazu noch so einen Gel-Liner bestellt in gelb. Ob ich den heute benutzen werde, weiß ich noch nicht. Mal schauen. Aber den Rest werde ich auf jeden Fall austesten. Okay, dann würde ich sagen, starte ich jetzt mal. Das war schon ein relativ langes Intro. Aber ich wollte euch natürlich auch zeigen, was alles zu der Kollektion so dazugehört. Ich würde mal anfangen mit dem gelben Ton. Das ist die Farbe Amalfi. Und den nehme ich mir mit diesem ganz festgebundenen Shader Brush auf. Und gebe mir den mal wirklich über das ganze Augenlid. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, ob die Töne so gut sind wie immer die Colourpop Shadows. Weil bis jetzt, ja, ich meine nicht umsonst bestelle ich mir immer die Kollektionen, weil die Qualität für den Preis einfach super ist. Und auch das Gelb ist sehr, sehr schön pigmentiert. Das ist so ein richtig schönes Zitronengelb. Passend natürlich dann auch, ja, zu der Palette, ne? Und der Spiegel ist auch wirklich super. Also der ist riesig. Ich meine ganz ehrlich, wirklich, wirklich gut. Also viel größer als die sonstigen Colourpop Spiegel. Ja, also den Ton gebe ich mir jetzt halt einfach mal so großflächig über das Lid. Hat ja super funktioniert. Und dann nehme ich mir den großen Pinsel, gehe auch nochmal in den Gelbton, also in Amalfi, und blende mir damit den Ton noch oben in die Lidfalte mit ein. Sehr, sehr schön. Und dieses Design, also ich muss ja sagen, Colourpop übertrifft sich immer wieder selber mit dem Design. Das Team, das da dran arbeitet, hat es einfach drauf. Also wirklich. Das würde ich mir auch als Bild in meine Wohnung hängen, muss ich ehrlich sagen. Obwohl ich eher so auf Grüntöne gehe. Aber dafür würde ich, ja, das würde gut in die Küche passen und die Küche würde ich dann in den Farben gestalten. Also gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Das kann Colourpop schon immer. Deshalb catchen sie mich auch meistens. Ich meine, das Innere dieser Palette, sind wir mal ehrlich, wirklich spannend da dran. Ist eigentlich nur das Gelb, das Blau und die zwei hier. Der Rest sind halt alles wieder neutrale Töne, die wir wahrscheinlich alle schon gut 20, 30 Mal in unserer Kollektion haben. Da hätten sie schon auch noch ein bisschen mehr mit dem Gelb und mit mehr Blautönen machen können, finde ich. Das wäre auch cool gewesen. Aber Colourpop hat immer so die neutralen Töne noch mit drin. Irgendwie kommen sie davon nicht so ganz weg. Okay, der Ton hat sich toll ausblenden lassen. Es sieht jetzt alles noch ein bisschen merkwürdig aus. Aber so ein Gelb ist schon sehr, sehr schön sommerlich, finde ich. Dann würde ich in Limon Squeezy, wie auch immer man es ausspricht, gehen. Und dann nehme ich mir den kleinen festgebundenen Pinsel eben aus dem Pinselset. Und damit verdunkele ich hier am Rand einfach ein bisschen. Ich finde übrigens, die Colourpop Pinsel sind immer sehr, sehr schön von der Qualität. Mag ich sehr, sehr gern. Ich finde auch immer, wenn so ein neues Set rauskommt und da auch wirklich Pinsel dabei sind, mit denen ich was anfangen kann, dann kaufe ich mir das immer, weil das meistens eben auch einen guten Wert hat. Ihr spart immer so ein bisschen. Und genug Pinsel hat man doch so oder so nie. Und wie gesagt, die Qualität ist auch immer gut. Und das Design ist natürlich auch sehr, sehr schön. Der ist jetzt relativ leicht pigmentiert. Deshalb gehe ich nochmal in Tuscan Fun, um es noch ein bisschen zu verdunkeln, weil mir der Ton davor das nicht genug gemacht hat. Ja, der ist schon besser. Limon, Limon, Squeezy, wie auch immer, ist halt ein sehr, sehr heller Ton. Also könnte ich mir gut als Crease-Farbe vorstellen und dann halt verdunkeln mit dem Ton hier. Aber halt nicht zum Verdunkeln. Das war nicht so schlau von mir. Was aber nicht heißt, dass er schlecht pigmentiert ist, sondern einfach, dass er nicht geeignet dazu ist. Okay, sehr schön. Jetzt nehme ich mir aber meinen großen Pinsel nochmal, gehe nochmal in Amalfi und einmal hier oben drüber. Einfach, um das schöner zu verblenden noch. Gut, das hat auf jeden Fall schön funktioniert. Es ist wirklich sommerlich, kann man nicht bestreiten. Und dann würde ich in La Festa, also in das schöne Blau natürlich gehen. Das muss ich benutzen. Nehme mir dafür auch den Pinsel nochmal. Da muss man keinen neuen dreckig machen. Und den gebe ich mir an den unteren Wimpernkranz. Sorry, dass ich immer so ein Gesicht ziehen muss, aber ich kann es nicht anders. Der ist auf jeden Fall super pigmentiert. Holla die Waldfee. Das war vielleicht ein bisschen tief gezogen, aber das gleicht man nachher mit der Wimperntusche noch ein bisschen aus. Dann sieht das auch nicht mehr ganz so crazy aus. Es wäre ja nur schade, wenn man das Blau gar nicht benutzen würde, ne? Gut, der war auf jeden Fall schön pigmentiert. Sieht jetzt aus, als ob ich mir so einen Lidstrich unten gezogen hätte, aber es ist eine sehr, sehr schöne Blaufarbe, finde ich. Und fürs bewegliche Lid nehme ich natürlich den hier. Das ist die Farbe Capri. Das ist eher so ein, ja, gelb-grün, muss man sagen. Und das gebe ich mir vorne aufs Lid, aber nicht ganz bis nach vorne. Und auch wirklich nur so bis zur Mitte. Weil ganz vorne will ich noch den gelben Eyeshadow-Stick benutzen. Manchmal fehlen mir die Worte. Aber ihr seht auch, wie toll der pigmentiert ist. Also das ist die typische Colourpop-Schimmer-Shadow-Qualität. I love it. Genau deshalb liebe ich Colourpop auch so sehr. Weil die Töne mich einfach nie enttäuschen. Bis auf, ich muss es immer wieder sagen, die Candyland-Kollektion, die war einfach so. Sorry, ich habe noch nie so eine schlechte Colourpop-Palette gesehen. Also das war die einzige, die mich bis jetzt wirklich enttäuscht hat. Auf jeden Fall will ich jetzt dann noch den Shadow-Stick benutzen. Das ist die Farbe Cool Breeze. Genau, das war das erste Mal, dass sie sowas rausgebracht haben. Ich nehme mir mal die Palette als Spiegel wieder her. Und den gebe ich mir jetzt hier vorne einfach noch hier in den Innenwinkel und ziehe das Ganze hier nach vorne noch. Ihr seht, der ist auch wirklich sehr, sehr schön pigmentiert. Ja, sehr cool. Gerade für so Innenwinkel-Highlights kann ich mir die echt gut vorstellen. Ich werde die zwei und auch die anderen, die ich bestellt habe, natürlich nochmal in einem extra Video testen. Da benutze ich dann auch mal die matten Shades, um zu schauen, eben wie sie sich ausblenden lassen. Aber für das Video wollte ich jetzt natürlich die Palette so in den Fokus stellen. Also abonniert mich gerne, wenn ihr dann noch was zu den Shadow-Sticks sehen wollt. Und damit ihr es nicht verpasst. Gut, ich würde sagen, ich mache mir mal Wimpo-Tusche drauf und dann zeige ich euch natürlich noch ein paar Swatches dazu. Und das ist dann der fertige Look. Wie gefällt er euch denn? Würdet ihr euch die Palette zulegen? Gefällt euch der Look oder sagt ihr, nee, das Farbschema ist nicht so ganz meins? Ich muss sagen, ich bin begeistert. Es fällt mir sehr schwer, bei den Colourpop-Sachen zu sagen, dass ich sie nicht gut finde, weil sie eben meistens sehr, sehr gut abschneiden. Ich finde, die Palette ist unglaublich schön. Ich meine, über das Design müssen wir nicht mehr sprechen. Aber auch die Shades, die ich benutzt habe, sind wieder toll pigmentiert, lassen sich wirklich sehr, sehr einfach verarbeiten. Und falls euch diese Color-Story anspricht, kann ich euch die Palette auf jeden Fall empfehlen. Ich zeige euch jetzt aber nochmal ein paar Swatches dazu. Und zwar habe ich Fly Girl hier ganz außen. Dann als nächstes kommt Easy Peasy. Dann haben wir Turing, Serenade und Capri. Und hier seht ihr auch den schönen Unterschied zwischen den beiden Farben. Ja, Serenade ist mehr gelb und Capri, was ich eben auf dem Augenlid habe, geht so mit ins Grüne rein. Und dann habe ich daneben noch De Grotto, der hier. Ja, sehr, sehr schön, muss ich sagen. Also die Palette kriegt von mir auf jeden Fall zwei Daumen nach oben, weil ich sie einfach gut finde. Sie fühlt sich auch unglaublich hochwertig an, muss ich sagen. Hochwertiger als sonst. Und ja, eine sehr, sehr gute Palette. Das Pinsel-Set, ich nehme stellvertretend jetzt einfach mal einen dafür, finde ich auch sehr gut. Die Pinsel haben super funktioniert und ihr habt auch immer ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bei den Colourpop-Pinseln. Ebenso fand ich den, ich habe jetzt nur den Metallic ausprobiert, fand ich auch sehr gut. Klar sind sie relativ klein. Ich glaube, die Mine, wenn ich jetzt das so ins Licht halte, geht auch nur bis hier. Aber das Preis-Leistungs-Verhältnis ist auf jeden Fall gut, weil so Creme-Produkten, die gehen ja leider auch sehr, sehr schnell kaputt. Da finde ich es gar nicht schlecht, dass es eher so ein kleines Produkt ist, weil man es dann halt auch wirklich aufbrauchen kann. Ja, alles in allem finde ich die Limoncello-Kollektion sehr gut. Ich bin froh, dass ich sie mir gekauft habe und das Warten hat sich auch wirklich gelohnt. Deshalb, ich bin begeistert, zwei Daumen nach oben. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Lasst mir doch auch gerne einen Daumen da. Abonniert mich, falls ihr das noch nicht getan habt. Aktiviert das Glöckchen, damit ihr immer mitbekommt, wenn was Neues von mir online kommt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!